Kräutersalz Kräutersalz eignet sich für jede bekannte Speise. Wir empfehlen eines mit mediterranen Aromen. Kräuter bei 40 Grad im Rohr oder an der Luft trocknen. Blätter vom Stiel riebeln und mit Nährsalz mischen. Mit einem Mörser Salz und Kräuter zerkleinern, bis eine gut durchmischte Salzmasse entsteht. nachdem Nen ??? Was ? Was ? Was ? Was ? Untertitelung des ZDF, 2020